Das ging random auf und auf einmal nicht mehr zu und da ist auch nichts dazwischen oder so. Ja, ich kenne das von einem Tag auf den anderen einfach so. That's life, man. And you can't do nothing about it. Das war schon mal wichtig und richtig. Die Stars foretold. Shadows of Fate! Mm-hmm, cow. Gefroren? Gefroren? Das ist ein Kryo-Schleim, den kann man nicht einfrieren. Fuck, bin ich ein Dulli. El-Meo. L-M-F-A-O. Na gut, habe ich gesagt. Ha, einer von uns. Tja, das, ähm, ja, na, so ist das leider. Don't push your luck. Don't get frostbite. Don't get frostbite. Naja, so ist das, kleiner Bruder. Mit dem Frostbite. Little Homie. Okay, eine weitere Runde überlebt. Was ist das beim Wechseln der Figur macht das Schaden, ne? Nach dem Wechseln der Figur versorgt zwei Punkte Schaden. Okay, das heißt, ich wechsle am ehesten auf Mona. Genau. Hmm. Hm. Hast du Lust auf Essen bestellen, aber willst du das Geld nicht ausgeben? Alter, es ist 4.46 Uhr, wo wirst du denn jetzt Essen bestellen? Aua! Okay, das ist eigentlich nicht so gut. Ach, das zählt auch als Figurwechsel. Ja, das ist aber schlecht. Ja, das heißt, ich habe verloren. Junge, das gibt es doch nicht. Was war das denn jetzt für eine ätzende Aktion? Der einzige Weg, wie ich jetzt nicht verliere, ist dem, indem ich nicht angreife. Oh! Oh, er hat überlebt. Und den muss ich jetzt one-shotten, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Oh, das funktioniert sogar. Okay. Oh, nein, nein. Ich habe gewonnen, lol. Hold on a second. I did it. Mom! Mom, get the camera. Mom, I did it. Well, first try. Damn. Damn. Mom! Mom, get the camera. Mom! Du hast deine Lieferando-Streak-Zeit-Donnerstag? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Mein Deck, das ich verwendet habe, noch nie in meinem Leben gesehen, dieses Deck. Aber anscheinend habe ich es mal gebaut. Du hast sie gekleiden. Okay. Jetzt einfach mal.